Hey zusammen, wir sind die Buftis von der offenen Jugendarbeit Kehl. Am 14. März finden in Baden-Württemberg die Landtagswahlen statt. Heute zeigen wir euch, warum es wichtig ist, wählen zu gehen und was es mit dem Landtag und den Wahlen auf sich hat. Wer darf denn überhaupt alles wählen? Du darfst wählen, wenn du mindestens 18 Jahre alt bist, die deutsche Staatsbürgerschaft hast und seit mindestens drei Monaten in deinem Wahlbezirk wohnst. Was ist deine Landtagswahl? Die Landtagswahlen finden in Deutschland alle fünf Jahre statt. Dabei wird jedes Bundesland in unterschiedliche Wahlkreise eingeteilt. Von 70 Wahlkreisen in Baden-Württemberg ist Kehl der 52. Und dazu gehören auch diese Gemeinden. Wenn du wählen gehst, entscheidest du mit, wer oder welche Partei deine Interessen im Landtag vertritt. Hier in Baden-Württemberg hast du nur eine Stimme, mit der du gleichzeitig eine Partei und deren Kandidaten und Kandidatinnen wählst. Was macht der Landtag? Das Landtagsgebäude von Baden-Württemberg befindet sich in Stuttgart und hat mindestens 120 Sitze vorgesehen, die nach der Wahl an die Parteien verteilt werden. Der Landtag stimmt darüber ab, welche Gesetze in den Bereichen Bildung, Polizei und Umwelt in Baden-Württemberg zugelassen werden oder nicht. Außerdem verwaltet er die Finanzen des Bundeslandes. Das heißt, er entscheidet, wofür das Geld in Baden-Württemberg ausgegeben wird. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Wahl und die Kontrolle eines Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin. Dieser oder diese stellt dann aus Ministern, Staatssekretären und Staatsräten die Landesregierung zusammen. Wie kann ich wählen? Du hast zwei Möglichkeiten zu wählen. Einmal kannst du am Wahltag in deinem Wahllokal deine Stimme abgeben. Der genaue Ort, wo du wählen gehen kannst, steht in deiner Wahlbenachrichtigung, welche du zwei bis drei Wochen vor der anstehenden Wahl zugeschickt bekommst. Wenn du keine Zeit hast, vor Ort zu sein, kannst du auch per Briefwahl deiner Stimme abgeben. Diese kannst du bis Freitag, den 12. März, um 18 Uhr beantragen. In besonderen Ausnahmefällen, zum Beispiel bei einer Erkrankung, kannst du den Wahlschein noch bis zum Wahlsonntag am 14. März bis 15 Uhr beantragen. Ein Antragsformular für die Briefwahl findest du auf der Rückseite deiner Wahlbenachrichtigung. Dieses kannst du ausgefüllt per Post oder per E-Mail an das zuständige Wahlamt zurückschicken. Solltest du dich aber dafür entscheiden, in ein Wahllokal zu gehen, musst du deinen Personalausweis oder deinen Reisepass mitnehmen, sowie deine Wahlbenachrichtigung. In diesem Jahr solltest du auch an eine Mund-Nasen-Bedeckung denken, da im Wahllokal die Corona-Regeln mit Maskenpflicht und Mindestabstand gelten. Im Wahllokal sind Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die deinen Personalausweis kontrollieren und dir dann deinen Stimmzettel geben. Mit dem Stimmzettel gehst du in eine Wahlkabine und setzt dein Kreuz. Danach faltest du deinen Stimmzettel zusammen, damit niemand sehen kann, wen du gewählt hast, und wirfst ihn in die Wahlurne. Nach der Wahl werden alle gültigen Stimmen aus allen Wahlkreisen zusammengezählt, damit man sieht, wie viele Stimmen jede Partei insgesamt bekommen hat. Wenn eine Partei weniger als 5% aller Stimmen bekommen hat, darf diese nicht in den Landtag einziehen und bekommt keine Sitze zugeteilt. Man spricht deshalb von der 5%-Hürde. So ergibt sich dann die prozentuale Aufteilung, wie die 120 Sitze unter den Parteien im Landtag verteilt werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen haben, ziehen direkt in den Landtag ein. Man spricht deshalb von einem sogenannten Direktmandat. 70 von 120 Landtagssitze werden also an die Direktmandate vergeben. Wenn eine Partei weniger Direktmandate hat, als ihre Sitze nach der prozentualen Verteilung zustehen, werden die freien Sitze an die Zweitmandate verteilt. Das Zweitmandat erhält jemand, der in seinem Wahlkreis nicht genügend Stimmen für ein Direktmandat erreicht hat. Jedoch im Verhältnis zu anderen Kandidatinnen und Kandidaten ihrer oder seiner Partei in allen Wahlkreisen die meisten Stimmen bekommen hat. Es kann auch vorkommen, dass eine Partei mehr Direktmandate hat als Sitze, die ihr im Landtag zugeteilt wurde. Dieser Partei werden dann zusätzliche Sitze zur Verfügung gestellt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Überhangsmandaten. Damit alles fair bleibt, bekommen die anderen Parteien entsprechend der vorher ausgerechneten prozentualen Verteilung auch zusätzliche Sitze, um die Überhangsmandate auszugleichen. Diese nennt man Ausgleichsmandate. Darum ist der Landtag von Baden-Württemberg nach der Wahl 2016 auf insgesamt 143 Politiker und Politikerinnen angestiegen. Und warum ist es so wichtig, wählen zu gehen? Wenn 100 Wahlberechtigte wählen gehen und 10 davon eine Partei wählen, die dir nicht gefällt, dann hat diese Partei 10% der Stimmen. Wenn von 100 Wahlberechtigten aber nur die Hälfte, also 50, wählen gehen und davon 10 Leute die Partei wählen, die dir nicht gefällt, bekommt die Partei schon 20% der Stimmen. Das bedeutet, wenn du nicht wählen gehst, werden Parteien, die dir nicht gefallen, stärker. Jetzt weißt du, was es mit der Landtagswahl auf sich hat und warum es so wichtig ist, dass auch du wählen gehst. Aufstehen, wählen gehen